Hallo und willkommen zu einer neuen Folge bei... Nochmal. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge bei unserer Not-so-Barry-Challenge. Wir sind gerade mit dem Charot unterwegs. Der Liebe ist ja gerade dabei, ein Szenario durchzuspielen. Und zwar, dass Aliens haben meine Elthorn gestohlen. Wir sind damit auch fast durch. Wie ihr sehen könnt, haben wir schon fast 11.000 Simoleons. Wir brauchen nur noch 15.000, dann ist das Szenario fertig. Ich denke mal, ich schaffe das in zwei Tagen. Hier, zwei Tage habe ich noch, dann wird er älter. Ich glaube, dann wird das Szenario automatisch beendet, einfach nur, weil das Sim gealtert ist. Weil man braucht ja einen Teenager und ein Kind. Ja, Kira haben wir jetzt allein zu Hause gelassen. Ich meine, die ist ja so zehn Jahre alt, oder? Da kann man ja ruhig mal so zwei, drei Stunden allein sein. Also ich war in dem Alter schon allein zu Hause. Bevor es aber losgeht, möchte ich dir herzlich danken, dass du dir dieses Video anschaust. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Falls das noch nicht geschehen ist, dann lass mir gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Das hilft nämlich meinem Video sehr stark, beziehungsweise das pusht meinen Kanal so richtig voran. Ja, genau. Und ich habe Charit jetzt mal hier in Copperdale. Das ist ja dieser T-Treff. Habe ich nicht umgebaut, noch nicht. Ja, zeitlich ist es halt immer schwierig. Aber das hat uns jetzt nicht davon abgehalten, das trotzdem zu benutzen. Es ist ja funktional. Es ist nur nicht so hübsch, weil EA es gebaut hat. Wobei sie schon schlimmere Sachen gebaut haben. Also es geht noch. Man kann damit leben. Ist halt recht minimalistisch gemacht, damit es halt auf allen Rechnern problemlos funktioniert. Ja, warum sind wir hier? Und zwar, der Charit hat am Samstag seinen Abschlussball. Und ich fände es ein bisschen traurig, wenn er da nicht hingehen würde. Auch wenn er die Schule früher abgeschlossen hat. Also ich denke mal, er hat noch einen Ball, wo er hin kann, oder? Naja, ich bin mir nicht sicher, ob wir den schon verpasst haben. Ich weiß nicht, wie lange er schon aus der Schule raus ist. Ich dachte, er noch nicht so lange. Wir werden es sehen. Wenn noch niemanden mehr einladen kann, hat er Pech gehabt. Ja, aber er könnte jetzt eben mal hier ein paar Teenager kennenlernen, dachte ich mir. Ist das Teenager oder Erwachsener? Teenager? Das ist ein Teenager. Ja, wenigstens mal so einen Kumpel haben, oder? Müssen ja nicht nur Mädels sein. Oh, der Secondhand-Besitzer ist das hier. Ja, okay, ja. Oh, die hat aber lustige Haare hier. Das ist Teenager, die kannst du dich auch mal vorstellen. Ja, ein paar gleichaltrige schaden nicht, Sherrod. Mit seinen Sportsachen hier. Hallo. Er braucht sowieso sozial. Ja, lass dich hier nicht beeinflussen. Wir schnüffeln nur ein bisschen an dir. Sherrod, mach ein Kompliment. Hier ist sicher noch ein Teenager, so wie der rumläuft hier, oder? Teenager. Fini ist hübsch. Kannst du mal Hallo sagen. Sag mal hier den Leuten Hallo. Genau. Jamie hat entdeckt, dass Sherrod ein Alien ist. Wie habt ihr das jetzt rausgefunden? Hier ist sicher noch ein Teenager. Genau, hier kannst du dich allen mal vorstellen. Hauptsache, du hast hier mal ein paar Kontakte. Das ist ein Erwachsener, den lassen wir. Vom Erwachsenwerden-Schwärm hierfür... Oh, hier haben wir schon ein paar Freundschaften geschlossen. Sehr schön. Oh, irgendwie backt's halt ein bisschen rum. Die werden hier immer resettet. Witze machen. Modenschau-Teilnehmerin. Was für eine Modenschau denn? Die machen hier eine Modenschau, okay. Ja, sag mal nett zu dem. Hier hast du einen Kumpel. Gute Freunde, das geht dir schnell. Er hat auch schon rausgefunden, dass wir ein Alien sind. Ups. Aber dass wir ein Werewolf sind, hat er noch nicht gecheckt. Das ist viel schlimmer. Hier, die ist auch Teenager. Stell dich mal den Leuten vor. Ja, jetzt haben wir hier einige Kontakte. Was macht die da? Hier hast du schon mal einen Kumpel gefunden. Können wir den fragen wegen Abschlussballer-Freundschafts-Sicher-Basis? Kann man ja auch... Nee. Okay, habe mich verpasst. Ja, schade. Ich habe es wirklich verpeilt gehabt. Ich habe nicht bedacht, wenn Jarrett den Schulabschluss früher hat, dass wir dann nicht jederzeit zum Abschlussball können wie sonst. Ja, der ist vorbei. Hat er verpasst. Aber ich finde es trotzdem schön hier, dass er ein bisschen ins Café gegangen ist. Hier und ein paar Teenager jetzt trifft. Jetzt hat er einen neuen Kumpel. Wieso kann der uns nicht leiden? Tu mal rumblödeln. Naja, manchmal funktioniert es halt einfach nicht. Und hier die Charlie, die ist auch nett. Kannst du eine neue Erfindung beschreiben? Das ist auch Teenager vorstellen. Das ist eine Erwachsene. Die lassen wir in Ruhe noch ein Teenager vorstellen. Keine zu viele Leute. Und, magst du uns jetzt mehr? Jarrett, was sind das für Geräusche hier? Hast du erzählt, wie du als Werwolf hier einen Mensch gefressen hast? Oh, hat du gut aufgenommen. Jetzt sind wir wenigstens hier im grünen Bereich. Öbologik kannst du reden. Ja, da geht unser Sozialbisschen hoch. Oh, was sind das für Herzchen hier? Die hier hat so Herzchen gehabt. Was bedeutet das? Ich glaube, von einer Mott, ich weiß nicht. Wegen Schwarm. Wen sie wohl toll findet. Hier dieser Klatsch und Tratsch hier. Ja, Mädel, du bist eine ganz hübsche. Schön machst du das. Das ist ein Boss hier. Manche Leute sehen hier ganz lustig aus. Und dass hier auch Erwachsene herkommen. Ja, dann, bester Kumpel hier. Schau mal, jetzt haben wir sogar einen Kumpel. Hilf mal, eine schlechte Beziehung zu kippen. Kann ja nicht schaden. Die gehen jetzt alle heim. Was seid ihr für Teenager, die um 20 Uhr heimgehen? Freundlich. Mach ein Kompliment über Artfit. Super, wir haben Konfliktlösung gekriegt. Wie hoch sind wir denn jetzt hier? Wir haben Manieren, Verantwortung, emotionale Kontrolle müssen wir noch... Ah, Konfliktlösung schaffen wir nicht mehr. Empathie könnte er eigentlich... Was macht der vor dem Spiegel? Empathie könnten wir ihn eigentlich noch ehrenamtlich tätig werden lassen. Aber ich glaube, das passt nicht zu ihm. Ich würde einfach die Konfliktlösung... Nicht die Konfliktlösung. Hier die emotionale Kontrolle noch leveln. Wir müssen auch gleich heimgehen. Aber wir haben Kumpels gefunden. Das ist doch schön. Stell dich noch dem hier vor. Kannst du noch einen Teenager? Uh, was sind denn das für Herzerinnen hier? Und der hast du uns jetzt gleich, weil wir an ihm geschniffelt haben. Ja, komm, wir müssen mal hier, wenn es eine schöne Herzerin gab, mal Witze machen. Ja. Freundlich. Smoltag. Nach Karrierefragen. Ist wahrscheinlich ein Schüler. Jetzt will ich aber wissen, was das für Herzerinnen hier war. Bei dem war das. Emotional ausdrucksstark ist der. Vielleicht fand der jemanden toll. Das ist ja gute Eindrücke hast du hier von den Leuten nicht und die auch nicht von dir, Jared. Sie denkt, er ist dramatisch. Ja, der hat doch ein bisschen schon. Lilian hast du auch. Oh, weil wir geschnüffelt haben. Sie hat zwei... Er hat zwei Eindrücke ihr gegenüber nicht gemocht. Oh ja, kann ich jeden mögen. Sie hat der Jamie. Antischwarm. Aha, okay, das gibt's auch. Also er findet die Leute einfach nur meistens interessant. Okay, Jared, wir müssen heimgehen. Wir haben noch Sachen zu tun. Oh, wir haben Flirt und Glückstränke gekriegt, weil wir so eine Entdeckungsquest anhatten. Okay. So, Jared, willst du dann gleich mal noch Joggen gehen? Wild Joggen. Nee, hier Joggen, um Klangkopf zu bekommen. Hast du zwar schon, aber... Kira, dir geht's einigermaßen gut. Bestienboogie. Aber du bist hier im Stinkkorn. Oh, ich glaube, wir müssen dich vernachlässigt lassen. Oh je, die altert schon in einem Tag. Nicht, dass das Szenario jetzt wegen dir abgebrochen wird, meine Liebe. Verkauf mal hier die Sachen, bitte, Kira. Du bist unsere einzige Hoffnung. Komm, du darfst nicht ins Bett drinnen. So, Jared levelt hier schön. Schwitzt doch ganz doll. Wie sieht's aus mit deiner emotionalen Kontrolle? Oh, das könnten wir schaffen. Ich denke, wenn du wiederkommst und sie ins Tagebuch schreibst, solltest du's voll haben. Das wäre knapp mit dem Szenario. Nicht, dass es jetzt im letzten Moment hier nicht mehr geht. Haben wir noch Sachen zum Verkaufen? Irgendwas? Frösscheren hatten wir noch. Ein pro Sorte behalte ich aber immer mindestens. Hier hat er Kostum, da können sie herkaufen gehen. Jetzt haben wir nichts mehr, wo wir draufstehen können. So, hoffentlich kommen hier Menschen. Ja, jetzt, okay, da hat ein bisschen gedauert. Jared, sehr schön. Wie sieht's hier aus mit deinen Dings? Dings, Dings, Dings. Fast voll. Ja, komm, ich weiß, du wirst duschen gehen. Du machst jetzt ins Tagebuch, komm. Die haben nicht mehr viel Zeit. Du kannst danach dich um Hygiene kümmern. Oh, ein Herr Wehrwolf ist zu Besuch. Ich bin gespannt, wie Kira aussieht, wenn sie älter wird. So, wenn sie Teenager sind, so ähnlich sehen sie dann ja ihr Leben lang aus. Aber als Kind kann man's ja noch nicht so sehen. Ich bin immer neugierig, ich find das lustig. Ja, oh, hier die Feindin von Jared. Willst du dich hier mit Chia vielleicht wieder vertragen? Die haben hier so Wehrwolf-Streitigkeiten untereinander. Wobei, er ist beschäftigt. Wir können das nachher noch versuchen. Ja, die haben sich geprügelt, weil sie Wehrwölfe sind. Nicht, ähm... Nicht, weil er ein böser Kerl ist. Die waren hier am Rande liegen und wir schieben sie jetzt einfach nach auf. Ja. Das war glücklich, die letzte oder vorletzte Folge. Da haben wir einfach Wehrwölfe verhauen. Jared hat gewonnen. Ja, müssen wir wieder mal machen, wenn hier Vollmond ist. Hier, Kira Stinkort, Jared Stinkort, die armen Kinder. Nein, du darfst... Okay, sie fühlt sich zu Unwoll. Ach, Kira. Ja, ich weiß. Schau mal, du kannst mal hier schnell auf Toilette gehen und dann ganz kurz baden. Mist, jetzt haben wir niemanden mehr, der das bedient. Jared, du musst hier ran. Warum sind die anweinen, die Leute dort? Wir haben es fast voll, die emotionale Kontrolle. Man hört schon die Wölfe hier. Ist aber nicht Vollmond, ist Neumond. Er hat es fast. Ja, ich weiß, du stinkst, nur die Spulen hier mal vor. Bitte kauft Sachen bei uns ein, die sind nur arme Kinder. Kann man die Fische hier auch verkaufen? Oh, tatsächlich. Hier Fische verkaufen. Ich verkaufe frische Fische, die habe ich geangelt. Das erinnert mich an diesen Zungenbrecher. Frische Fische. Kann man das auch verkaufen? Nö. Aber hier im Inventar kann man es verscherbeln. Bitte kauft hier unsere schönen Sachen, die niemand braucht. Sehr schön. Hier wird fleißig eingekauft. Wunderbar. Und jetzt hast du auch keinen Bock mehr. Ja, toll. Hast du hier noch rohes Fleisch im Kühlschrank? Reste nehmen. Ja, hat er. Ich glaube, nichts anderes drin. Kira will auch... Nee, du kannst nachher essen. Ich bin fies zu den Kindern hier. Kinder arbeiten in der Nacht. Ohne Essen. Aber geduscht ist sie. Jared geht erst mal essen und dann kann er sie ja wieder ablösen, wenn er dann geduscht hat nach dem Essen. Genau, du schlingst hier erst mal das runter. Dann kannst du hier auch mal kurz ein kurzes Baden nehmen. Jebs, jebs hier. Ja, verkauf hier schön, Kira. Kira verkauft die Sachen immer ganz gut. Ich glaube, die Leute haben einfach nur Mitleid. So richtig wertvolle Fröschchen haben wir leider nicht mehr. Wir können aber züchten. Wer nehmen wir? Irgendeinen. Ich höre hier Geister, die hier irgendwas machen. Oh, hier, dein Tablet kannst du verkaufen. Dreck, Kraser. Ha, haben wir ja nochmal 400 gefunden. Zeichnungen sind leider nichts wert. Hier, Spießsachen brauchst du auch nicht verkaufen. Wo hast du denn das her? Hier, dieses Deko-Zeug ist so schade drum. Ich wollte das behalten. Aber wir müssen verkaufen, was wir verkaufen können. Ich weiß gar nicht mal, wo wir die herhaben. Ich glaube, die hat Minze ausgegraben. In der Alien-Welt damals. Oh, da ist ja kein Platz mehr. Jared, fertig. Ja, unsere Ernte ist noch nicht so weit, leider. Nee. Ich fürchte, wir schaffen es ganz knapp nicht. Das wäre echt traurig. Komm, das gibt Geld. Du kannst nicht angeln. Fühlt sich zu unwohl. Toll. Ja, dann geh dorthin und pennen da mal ein bisschen. Dann kriegst du hier gut Energie. Wer will verschlafen? Ja, ohnehin gern draußen. Ja, verkaufe ich schon weiter, Kira. Hat Jared noch was zum Verscherbeln? Nur diese Elendse und die Elemente von Minze, aber die brauchen wir noch. Wir haben die Sammlung nämlich noch nicht fertig. Aber er könnte so nur das machen. Ja, wir müssen verkaufen, was geht hier. Oh, fertig. Okay, starte nochmal, Kira. Ja, sie regt sich auf. Ich weiss, es ist fies, aber... Meine Liebe, du musst jetzt hier durch. Bitte kaufen sie ein, wir sind nur arme Kinder. Wo sind denn alle hin? Sonst kommt ihr doch auch immer so fleissig vorbei. Ja, unsere Nachbarn kaufen immer ganz kräftig hier ein bei uns. Bitte kaufen sie ein. Hier, diese schönen leuchtenden Dinger. Ich versuche mal, Preise zu erhöhen. Aber nee, die Kundschaft kauft dann weniger eine. Ich weiss nicht. Ich glaube, das bringt nur was, wenn man eine hohe Geschäftsfähigkeit... Wie heißt die Fähigkeit? Unternehmerfähigkeit, genau. Wenn man die, glaube ich, hoch hat, bringt das Wasser, aber sonst sollte man Preise, glaube ich, nicht erhöhen. Also vor allem nicht, wenn ein Kind verkauft. Bitte kaufen sie hier ein. Ich bin ein armes, kleines Kind. Dankeschön. Und du, fauler Sack, stehst hier auf und gehst angeln. Hier, angeln gehen. Komm, wir brauchen Fischis. Manchmal findet man ja auch andere schöne Dinge zu verkaufen. Kira hat alles verkauft. Wie schnell bist du denn, Mädel? Hier hast du noch Frischis. Hier hast du noch Frischis. Oh je, noch 3000. Ob wir das wohl schaffen, ich weiß es nicht. Könnte sehr knapp werden. Jetzt ist alles voll. Ich konnte doch sonst mehr draufstellen. Hm. Na gut. Ja, verkauf mal, was du hast, Kira. Hier die Frischrin, die du gezüchtet hast. Die sind schon weg. Das geht schnell bei dir. Wir könnten den Alien hier verkaufen, aber den finde ich toll, den will ich behalten. Den hat Minza mitgebracht. Kann man diese Tränke verkaufen? Nein, kann man nicht. Gänseblümer hat. Ist nichts wert, aber ich tue uns mal dahin. Hm. Hm. Charit hat nichts mehr zum verkaufen, außer hier so Tuning-Teile. Wir sind jetzt ein bisschen verzweifelt. Wir verkaufen einfach alles. Was nicht nid- und nagelfest ist, wird verscherbelt. Die Frische sind leider auch nichts wert. Wo hast du denn diese ganzen Blümchen und so her? Ich glaube, von mir, die hat er mal in den Winter. Aber das ist jetzt Cheaten, wenn ich die alle verkaufe, oder? Die hatten sie schon vor der Challenge. Und du, angel mal bitte was, Charit. Mondfrieden, weil er einen neuen Mond geschlafen hat. Ja, das seht ihr. Er ist zufrieden hier. Er hat einen Fisch gefangen. Sehr schön. Schaffst du es, noch mehr Fisch zu fangen? Gira hat schon wieder alles verkauft hier. Fast, ja. Nicht schlimm, wir haben wieder ein Fischi. Er ist so praktisch, dass Charit überall hin pinkern kann. Er muss ja gleich aufs Klo, aber er kann dann einfach schnell neben dem Angelplatz hinmachen. Sehr hygienisch und so. Kaufen Sie, kaufen Sie. Wir brauchen hier dringend Geld. Sehr schön, Level 3. Je besser die Angelfähigkeit ist, desto besser wird er Fische fangen. Komm, angel hier mal so eine Schatzkiste. Das wäre toll. Noch ein Fisch. Ah, das Gemüse. Wenn das mal fertig wäre. Dann hätten wir es wahrscheinlich fast. Ja, müssen wir halt die blöden Aliens doch verkaufen, die ich auch nicht behalten wollte. Die hatten wir zwar auch schon vor der Challenge, ist jetzt auch ein bisschen geschummelt. Aber es spricht ja nichts gegen das Szenario, wenn man alles verkauft, was nicht nid- und nagelfest ist, oder? Hier, bitte. Verkaufen Sie diesen Alien hier. Ein Geist hat bestimmt Interesse daran. Ja, schön kaufen. Oh nein, Kira hat heute Geburtstag. Ich weiß gar nicht, wie man welche Zeit sie auf die Welt kam. Die alten, der dann immer ungefähr... Nee, du musst nicht heimgehen zum Pinker, Charity. Schau mal, du kannst hier... Nee, nicht schlafen. Nein, ich hab fast geklickt. Territorium markieren, komm. Angeln. Die Pflanzen brauchen auch Pflege, aber die sind eh nicht fertig. Oh, warte, Charity, kannst du doch mal schnell heimkommen? Hier kannst du das Milbenmittel anwenden, Honig sammeln. Biomenzin, das ist auch gut. Und dann kannst du dich füttern. Komm, beeil dich, Charity. Du bist sportlich, du kannst hier rennen. Der macht so viel Sport, der müsste eigentlich auch fit wie ein Turnschuh sein. So, Milbenmittel hast du gemacht. Biobenzin, sehr schön. Man macht das aus diesem ungeziefer Benzin, der ist auch sehr seltsam. Aber das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen was wert, oder? Hier so. Und hier haben wir noch ein paar Reparaturdinger. Die hässliche Lampe von Minza kann man nicht verkaufen. Die wäre aber auch was wert. Kann man ein Inventar aber verkaufen. Und diese Dinger hier, die sind X wert. Das ist ihre Spielsachen. Sie verkauft schon ihre Spielsachen. Das arme Kind. Ja, ich will nicht, dass wir hier... Ich will jetzt nicht cheaten, aber ich will auch nicht das Szenario jetzt aufgeben. noch ein Elend zum Verkaufen. Ja, sie opfern hier die Geschenke, die Minza vom Weltall mitgebracht hat. Bringt's jetzt noch was, alle zu gießen? Mach mal. Wir haben 500 verdient. Gleich nochmal Kira. Ich weiß, du hast keine Lust. Gegen Insekten behandeln. Jetzt wird Kira dann wahrscheinlich altern. Von ganz alleine und wird traurig sein. Kaufen sie, kaufen sie. Wir haben hier schöne Sachen zu verkaufen. Leider können Kürbisse mehr, die wachsen noch. Wenn die reif wären, dann könnten wir es schaffen. Ja, das sind jetzt noch kleine Sachen hier zum Verkaufen. Na ja, Jared, es wird's ja knapp. Was passiert, wenn man das Szenario nicht schafft? Kommen die Eltern dann einfach wieder zurück? Oh, unser Kumpel hat uns geschrieben, weil wir uns mit wem angefreundet haben. Post ist gekommen, oder? Post holen. Vielleicht sind da ja irgendwelche Sachen drin noch. Aber könnten auch die bescheidet sein von Jared. Für Uni. Kira hat nichts dazu verkaufen. Jared, hast du noch was? Hier, der ist 350 wert. Verkauft den mal. Die Elemente nicht, sonst haben wir die Challenge hier nicht geschafft. Also die Not-so-Berry-Challenge, dafür brauchen wir die noch. Ja, ich verkaufe jetzt halt doch auch noch die Sachen, die wir halt im Moment haben. Frösche züchten wir ja schon, seit wir mit der Not-so-Berry-Challenge angefangen haben. Ja, es ist so halb ein bisschen geschummelt, aber eigentlich spricht das ja nicht gegen die Regeln vom Szenario, oder? Jared, wo gehst du hin? Ach, Post holen, okay. Hast alles rausgeholt, sehr schön. Hier, die Kürbisse sind gewachsen. Ich glaube, die brauchen noch einen Tag. Die brauchen, glaube ich, immer drei Tage, oder? Ja, Stipendium. Er hat Stipendien bekommen. Sport. Öffnen. Wow. Von 450. Naturstipendium wollen sie ihn nicht haben. Das hier. Auch nicht. Das hier. Heff in der Hand. Okay, also das, was jeder kriegt. Aber er hat ein Sportstipendium für 450. Ist das pro Semester? 450? Pilze. Pilze herunterschlingen. Kannst du die nur essen? Alles ernten. Ja, dann geh halt nochmal angeln hier. Kaufen sie, kaufen sie. Wir haben hier einen Alien, der ist 350 wert. Nein, du darfst keine verbotenen Wörter brüllen. Ich weiß, Kira. Das arme Kind arbeitet hier schon die ganze Nacht. Die Nachbarn. Die Nachbarn denken sich ja auch schon schlimme Sachen, weil die Eltern hier so lange weg sind. Wir können wieder Fröscheren züchten. Ja, die sind halt nicht so viel wert, die Fröschelein. Hier ist doch noch ein paar Rosen, die du verkaufen kannst. Ich tue sie wenigstens über den Verkaufstamm verkaufen und nicht über den Eventar. Das ist dann, denke ich mal, okay, wenn wir das so machen. Kira muss schlafen. Okay, Jared, du musst dich aber übernehmen. Komm bitte her. Der rennt jetzt zum Glück hier ganz schnell. Rennst du überhaupt oder läufst du? Ja, er joggt so halb. Okay. Okay, lassen wir gelten. Ja, Kira hat die ganze Nacht geschuftet. Ja, komm, du kannst hier vielleicht mal Verkaufsgespräche führen, oder? Überzeugend zu kaufen. Hier eine Rose, bitte. Den kannst du auch versuchen zu überzeugen hier vom Ding. Dreh den Leuten hier mal die Sachen an. Ja, die Rosen verkaufen sich ganz gut. Die haben wir aus dem alten Garten vom alten Haus. Kira, wo hast denn du jetzt sozial gelernt? Du bist doch schon im Bett. Im Traum hat sie das gelernt, oder wie? Jared, mach bitte noch eine Runde. Nee, du darfst nicht im Chat-Set schlafen. Du abwattest jetzt bis zum Unfall. Es tut mir leid. Stand bedienen. Oh. Die streiten hier die Nachbarn. Jared macht hier ein entspanntes Gesicht. Obwohl die das streiten im Hintergrund. Na gut, er ist ja nicht betroffen. Warte, warte. Ich will, dass du hier nebenbei Waffeln machst. Kubismilchwaffeln. Uh. Mach dir mal. Ja, das gibt dir auch ein bisschen... Feuer! Jared! Nein! Komm schon. Mit Froststrahl löschen. Mit Froststrahl? Echt? Lösch das mal. Ja, ganz cool, hier. Der stand sieht aus. Oh, Jared. Jetzt ist er angeguckt. Ganz toll. Ersetzen. Toll. Nee, du kannst hier ein... ...wölfisches Nekröchen kurz machen, Jared. Okay. Ist so angespannt. Ja, dann geh mal aufs Klo, Mädel. Gönnt ihr ein rohes Fleisch? Wir haben nichts mehr. Dann... Dann isst doch einfach hier was Schnelles. Erbsen. Erbsen sind gesund. Können wir ja den Stand hier noch weiter benutzen? Ja, he? So, mach weiter, mein Junge. Du kannst doch mal versuchen, hier zu kochen. Was hast denn du gemacht, dass es gebrannt hat? Ja, der angekugelte Stand, ja. Dann werden die Eltern wiederkommen. Hier, alles abgefackelt. Das Haus sieht aus wie Sau. Der Garten geht zum Glück einigermaßen. Oh, hier hat ein Tier etwas liegen lassen. Das sind manchmal so Feder-Dinger drin, die man verkaufen könnte. Tu mal in mit Top. Ich glaube, das ist nix. Du warst noch gar nicht auf dem Klo, Kira. Und hier laufen irgendwelche halbnackten Männer in unserem Haus rum. Was soll das? Was ist das für eine Alexander-Grusel? Ja, so siehst du auch aus. Der geht in Charits Zimmer. Oha. Ja, was sind denn das für Leute? Ja, kommen Sie, kaufen Sie hier an unserem abgefackelten Stand Dinge. Ja, Charit, komm. Ich überziehe die Folge jetzt auch ein bisschen, weil ich hoffe, wir schaffen es vielleicht noch. Aber wenn in zwei, drei Minuten hier nichts vorwärts geht, müssen wir beim nächsten Mal fertig machen. Hier ganz viele Rosen auf unseren abgefackelten Stand. Wo hast du eigentlich das Essen hingetan, Charit? Waffeln nehmen. Nehmen wir die Waffeln. Lecker Waffel. Hat er ein Inventar getan, hm? Waffel, Waffel, ja. Ja, kannst du Waffeln auch verkaufen. Und hier die Pilzerin, die du gefunden hast, können wir auch gleich hier drauflegen. Also vor diesem Stand würde ich nichts kaufen, so wie der aussieht. Ich glaube, solange wir Sachen auf dem Stand drauf haben und der Verkauf auch läuft, können wir den jetzt nicht reparieren. Aber egal, er funktioniert ja noch. Oh, du hast dich hier vorgestellt. Kommt dir von Mount Kumribe, dass du dich so verbeugt hast. Hier neue Waffeln, Beerenwaffeln kannst du noch kochen. Wenn du nicht wieder alles abfuckst. Ja, reich werden wir hier nicht, wie es aussieht. Ja, sind das so noch kleine, kleine Dinge als Waffeln nehmen. Nehm die mal raus. So, schönes Inventar damit, sehr schön. Ja, fünf ist in der Waffel wert und da sind acht drin. Ist halt nicht extrem viel, was man da verdient. Momentik-Festival, ja, das verpasst du, mein Lieber. Kira, du wirst jeden Moment älter. Ich werde jetzt noch kurz warten. Ich glaube, die wird eh gleich älter. Das wäre so knapp. Aber ich habe ja schon zwei Tage, glaube, die beiden oder einen davon, glaube nur, der, der näher dran war, habe ich zwei Tage jünger gemacht, damit wir zwei Tage mehr haben. Weil, ähm, das Szenario habt ihr ja mit Kiras bestreben, das zurückgesetzt, warum auch immer und auch das gemeinsam kochen. Aus dem Grund habe ich mir dann erlaubt, das zu machen. Das ist aber das Einzige, was ich hier gecheatet habe. Und halt, ähm, jetzt ein bisschen cheat ich noch, weil wir die alten Sachen verkaufen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass die Folge etwas länger ist. Aber ihr könnt es euch ja aufteilen. YouTube merkt sich ja eigentlich, wo man war bei der Folge. Wenn man sie wieder anklickt. Bei mir ist es jedenfalls so. Schön einkaufen. Gut, macht ihr das. Kann ihr noch mehr Waffeln kochen? Einfache Waffeln machen wir auch noch. Ja, Kira geht ins Bett. Sehr schön, dann kannst du nachher nämlich wieder einspringen. Level 3 Unternehmer, das ist sehr gut. Können wir gebrauchen. Essen verkauf starten. Ihr nehmt ja auch mal hier nebenbei so einen Teller. Komm, iss mal schnell das. Dass sie sich immer hinsetzen müssen zum Essen. Oho, ja, der Baby sitzt auf. Der hält sich hier für den Schicksten. Ja, jetzt isst das. Ich weiß, du willst lieber Fleisch. Du hast jetzt Pech. Du kannst hier mal ein Nikkochen machen. Kira. Ja, dir geht's schlecht. Ich weiß, du bist gerade erst ins Bett. Oh, eine Teenagerin, die wir getroffen haben, ist zu Besuch da. Die haben wir gestern in dem Spiel gestern getroffen. Ja, ja, die muss warten. Wir haben hier keine Zeit. Schlaf auf dem Boden, Jared, bitte. Genau. Der auch mal schläft hier im Kopf. Aber er ist ein Werwolf. Es stört ihn ja nicht. Da, es gibt doch einen Abschlussball. Das Problem ist, wenn wir jetzt hingehen, schaffen wir das Szenario nicht fertig. Und wenn wir nicht hingehen, dann ist es ein bisschen schade, weil der Jared das verpasst. Aber ja, wir müssen es jetzt überspringen. Es tut mir leid. Ich würde ja gerne mit ihm hin. Also ist es ja doch noch möglich hinzugehen. Er konnte nur irgendwie niemanden einladen. Kira? Oh, die hat auch keinen Bock. Ach, Kira, wenn du keine Lust hast, geh bitte ins Bett. Schlafen. Dann müssen wir warten, bis Jared Energie hat. Komm, beeil dich mal ein bisschen. Hier, die Kürbisse, die sind noch nicht ganz groß, aber wir können sie, glaube ich, ernten. Alles ernten. Komm, aufstehen. Die werden wir verkaufen. Sehr schön. Gibt es hier wieder Wachs und Honig. Honig sammeln. Und die anderen sind noch nicht so weit. Ja, nehmen wir Honig und hier die Sachen hier. Oh, die sehen aus wie Sau. Wir haben jetzt keine Zeit, das zu machen. Du musst hier den Stand bedienen. Komm. So. Wir haben Dinge bekommen. Hier Honig. Haben wir auch zum Verkaufen. Und Kürbisse. Ja, wir haben es uns jetzt aber auch ein bisschen schwer gemacht mit diesem Stand hier. Wir könnten die Kürbisse auch so verkaufen. Tu mal Tochtpreise erhöhen hier so. Er hatte schon Level 3. Vielleicht kann er Stand bedienen. Warum habe ich hier einen Kürbis auf dem Boden? Wir verkaufen den mal so. Ja, wir könnten sie so nur zuverkaufen, aber ich glaube, dann kriegen wir auch nicht so viel. Sind jetzt die Preise zu hoch? Verkaufsgespräch führen. Überzeugend zu kaufen. Das teuerste ist die Melone. Ja, müssen wir die Hand ein bisschen bearbeiten, oder? Bitte kaufen Sie trotzdem weiter einen bei uns. Ja, einen hast du verkauft. Sehr schön. Verkaufsgespräch führen. Ah, Überzeugung zu kaufen haben wir wohl verbraucht, ja. Der Geist hier steht ja auch komisch bei uns hinten. Kannst du ein Verkaufsgespräch führen? Ja, gut, die kaufen trotzdem ordentlich hier. Hier ist wohl jemand kurz vorm Randellieren hier. Ich höre Leute knurren. Oh, Jared, geht's nicht gut. Oh, er ist schon blau, weil er hier erfriert. Komm, zieh dich an. Outfit ändern. Ist eine kalte Nacht, hä? Die letzte Nacht war nicht so kalt. So, dann kannst du hier mal markieren. Ja, ich weiß nicht, ich gehe nicht hier neben dem Verkaufsstand. Komm, Jared, hör auf, blau zu sein. Ich will nicht, dass du stirbst. Der hat doch Wintersachen an. Warum friert du dennoch? Hat der Geist was mit ihm gemacht? Geh mal schnell ins Haus rein, komm. Komm, der Ofen ist an. Sich wärmen. Wärm dich mal am Ofen. Das war, glaube ich, wirklich wegen dem Geist. Hast du was mit ihm gemacht, dass er dir so was angetan hat, Jared? Oder bist du verwackt? Aber ich glaube, das könnte der Geist gewesen sein. Ja, jetzt ist besser. Wie viel kriegen wir, wenn wir das verkaufen? 700. Ja gut, mach mal. Ja, vielleicht schaffen wir es so. Tu den Stand abräumen und verkauf alles so im Inventar. Ja, jetzt machen wir das halt einfach auf die unbequeme Art. Äh, auf die einfache Art. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Die Waffeln kann man nicht verkaufen. Mist. Die Rosen, das ist ein bisschen gecheatet. Wir haben es geschafft! Auf Biegen und Brechen. Aliens hat meine Eltern gestohlen. Das Szenario abgeschlossen. Abgelaufene Spielzeit 15 Tage. Hat ja auch so lange dafür gebraucht. Ah, nur wenn das Kind älter geworden wäre, wäre es wahrscheinlich zu Ende gewesen. Also haben wir es doch noch auf die letzte Minute jetzt geschafft. Yay! Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss des Szenarios. Zur Belohnung erhält dein Kind das Belohnungsmerkmal Blitzleser und dein Teenager hat das Belohnungsmerkmal Mentor verdient. Cool. Dankeschön. Und hier das Essen. Oh, jetzt kommen die Eltern hier und hier sieht es aus wie Sau. Was habt ihr erwartet, wenn ihr hier so lange weg seid? Das tut mir leid. Ja, das ist jetzt halt so. Tun wir das Waffeleisen einfach hier aufstellen. So. Oh je, Cherry, du hast es geschafft. Und jetzt machen wir die Eltern wieder so alt, wie sie sein sollten. Ich habe sie nämlich jünger gemacht, weil damals das Szenario starten halt nicht funktioniert und ich wusste nicht, woran es liegt. Und dachte schon, es liegt am Alter, aber es lag nicht am Alter. Es lag an der Katze. Und die waren Senioren. Ich weiß nur nicht, wie weit es die waren. Aber ja, jetzt werden die halt wieder Senioren. Einfach, dann leben die halt noch ein paar Tage länger. Habe ich nichts dagegen. Commandos, Alter, Senior. Ja, ihr dürft jetzt wieder Senioren werden. Ja, ihr wart schon vorhin Senioren. So. Oh, Minze ist ja kurz bevor sie am Randalieren ist. Familienfreundlich. Achso, du machst hier Yoga. So, Mehdi, du darfst auch wieder Senior werden oder bist du schon? Bist du schon, hä? Ja. Hier hat ein Kind. Ja, ihr habt es alleingelassen. Die waren im Urlaub. Ich weiß nicht, was ich werden will, wenn ich groß bin. Aber alle meine Freunde haben schon eine Idee. Wie finde ich heraus, was ich will? Oh, wir nehmen das für emotionale Kontrolle, weil das brauchen wir noch. Überlege, was du gerne machst. Yay, steigt. Hast du jetzt die emotionale Kontrolle auch fertig? Wer hat hier erste Male Feuer gelöscht? Ja, sehr schön. Charity ist bereits im Alter werden. Ja, Kira wird jeden Moment älter. Ich hoffe, ich denke dran, beim nächsten Mal sofort einen Kuchen bereitzustellen und ihr Geburtstag zu feiern, sonst ist sie traurig. Du siehst aber jung aus als Senior. Na ja, na doch, ein bisschen Falten hast du. Genau, aber dann würde ich die Folge an dieser Stelle beenden. Der arme Charity sieht hier aus. Medi ist froh, wieder da zu sein und darf jetzt ja den Laden wieder übernehmen. Er wird es aber, denke ich mal, ein bisschen ruhig angehen lassen auf die letzten Tage, oder? Ja. Ja, 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 jetzt haben wir auch ordentlich Geld. Hey, wo ist ja nicht das Geld hin, was wir vor dem Szenario hatten? Das haben die nicht wieder darauf gerechnet. Dankeschön. Wir hatten da ein paar Tausend, glaube ich. Na ja, jetzt ist es halt so. Okay, dann hoffe ich, euch hat die Folge dennoch gefallen, auch wenn sie etwas länger geworden ist. Aber wenigstens habt ihr noch mitbekommen, dass wir das Szenario fertig geschafft haben. Medi ist wieder in seinem Reich und darf jetzt sein Vermieter-Dasein nachgehen. Denn Charity und Kira dürfen sich jetzt ein bisschen ausruhen und Minza ist halt einfach Minza. Dann macht euch noch einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020